Mit einem herzlichen Glück auf möchte ich die bei uns hier im Grottendorfer Tuschlerhandwerk im Erzgebirge begrüßen. Mein Name ist Kai Vieweg und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Bank Frunzke betreiben wir eine Tuschlerei. Seit 1991 fertigen wir in unserer Firma Möbel und individuellen Innenausbau sowie Fenster und Haustüren aus Holz. Unser qualifiziertes Mitarbeiterteam fertigen auf einer Fläche von über 6.000 Quadratmetern mit modernem Maschinenpark für Sie Ihre Aufträge und Projekte ab. Die Projekte werden gemeinsam mit Ihnen bei uns im Büro vorbereitet und geplant. Nach der Fertigung der Holzbundelemente folgt die Lieferung der individuell gefertigten Aluminiumschale aus dem Hause Bodymate, die hier mit dem Holzrahmen entsprechend entgefertigt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei mir vorgestellten Eigenheimen entschied sich der Kunde für Holz-Aluminiumfenster vom Systemgeber Bodymate. Eines der größten und schönsten Objekte, die wir fertigten, war das Gesundheitsressort Siebenquell im Fichtelgebirge. Im Kurort Weidenstadt fertigten wir nicht nur die Holz-Aluminiumfensterelemente des Systems Bodymate, sondern durften auch die komplette Innenausrüstung des Objektes gestalten. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre nächsten Bauaufgaben gemeinsam mit Ihnen realisieren durften.